Wien hat ausgezeichnete Imagewerte. Die sind aber vor allem geprägt oder auch dominiert von klassischen Elementen, von der Musik, vom Imperialen. Wien wollte sich aber auch etwas zeitgemäßer präsentieren, so wie es eigentlich auch der Stimmung in der Stadt oder der Stadt selber entspricht. Wir waren und sind immer noch der einzige touristische Partner der Art Basel. Wir haben uns hier in den fünf Jahren perfekt etabliert im Umfeld von globalen Top-Brands im Lifestyle-Bereich. Tourismusmarken sind Lifestyle-Marken mittlerweile auch. Es reicht nicht nur, die Vorzüge der Destination, von denen wir viele haben, zu präsentieren, sondern wir müssen auch die Aura, wofür steht dieses Wien, hier präsentieren, die DNA der Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017